Jetzt zeige ich euch, wie kann man mit Reflex schneiden, mit Standardflex, ohne viel Staub zu machen. Erstmal, erster Schnitt mit ganz viel Staub, Standardflex. Wie man sieht, macht ganz schön viel Staub. Jetzt zeige ich euch die Lösung, wie das nicht geht. So, wie das nicht geht. So, wie das nicht geht. So geht eine Live-Erfindung von, wie kriegt man eine staubfreie, für die Umgebung staubfreie, Steinflex, Steinwinkelschleifer, Drennscheibe, was weiß ich.